Hat die Community noch etwas zu sagen Chris? Ja die Community freut sich auf das Gewinnspiel natürlich auch. Es steht eh nur Vienna Vikings. Wir wollten eigentlich die Lieblingsmannschaft und Vienna Vikings ist eindeutig die Lieblingsmannschaft unserer Community und jetzt ganz kurz einmal ein Shoutout an die Community. Ihr seid die Besten. Warum sollen sie diese geile Show schauen? Weil die Moderatoren einfach super sind, der Kleidungsstil on point, die Fragen gut, die Themen super. Interessante Spiele. Es gibt keinen Grund warum man da nicht einschalten soll. Und die Geschenke hast du auch schon erwähnt? Und die Geschenke, die sind natürlich das Beste und der Admiral gönnt auf Nacken deswegen. Der war gut, der war stark.